Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Odyssey. Hier ist euer Don. Willkommen zurück. Wir sind hier im Tempel des Poseidons. Und hier irgendwo sollten wir noch ein Ostracon-Rätsel finden. Okay, das ändert sich wahrscheinlich hier frisch. So, geht es hier um, bis der Tod uns scheidet. Und die Rätsellösung sollte hier sein, und zwar bei einem Baum. Das machen wir danach jetzt gleich. Wir machen noch eine kurze Jogging-Session. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, das dürfte der Bärm sein. Jetzt haben wir noch einen ungebetenen Gast. Der kann wahrscheinlich nicht klettern. Okay, so, hier ist das alles. Ich hoffe, dieses Ausdruck und Rätsel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.